Servus, Iri hier aus Nebujinkan Wakagi Dojo Laufwander Pegnitz. Heute zeige ich euch, wie euer Schwert, nachdem ihr die Cutter beendet habt, wieder zurück in die Saja steckt und vorher das Blut vom Schwert schleudert. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Schwert ziehen könnt, dann habe ich euch das Video oben verlinkt. Viel Spaß! Also, ich zeige euch jetzt ein paar Möglichkeiten, wie ihr euer Schwert wieder in die Saja steckt und das Blut vom Schwert schleudern könnt. Das nennt sich auf Japanisch Noto, also das Wegstecken des Schwerts ist Noto und das Abschleudern des Blutes nennt sich Chiburi. Mit dem letzten Schnitt beendet ihr die Cutter. Ihr wollt jetzt euer Schwert wegstecken, das heißt, ihr nehmt das Schwert ein bisschen nach rechts, lasst die Spitze zum Boden zeigen. Jetzt macht ihr einen Schrittwechsel, so dass das rechte Bein hinten ist und ihr Platz habt, um das Blut oder den Schmutz Richtung Boden abzuschütteln. Legt euer Schwert an eurer Saja an, macht wieder einen Schrittwechsel, nehmt das linke Bein zurück, so habt ihr schön Platz, um das Schwert in die Saja zu schieben und wenn ihr dann das Schwert wieder in die Saja schiebt, macht ihr einen Schritt nach vorne. Schaut, dass euer Schwert schön sitzt und dann seid ihr fertig mit eurer Cutter. Es war für den Samurai natürlich wichtig, dass sein Schwert sauber war, bevor er es wieder zurück in seine Saja gesteckt hat. Es hätte ja dann dort irgendwie sich verhärten können, das Blut verkrusten oder auch Schmutz dazu führen, dass er sein Schwert, wenn er es braucht, nicht mehr schnell aus der Saja gezogen bekommt. Das war der eine Grund, warum er es sauber gemacht hat. Auch hier, wenn ihr mit euren Fingern hier entlang fahrt, ne, auch da reinigt ihr euer Schwert. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum der Krieger damals in Japan sein Schwert geschüttelt hat. Ich war bei Somae-Sensei in Japan und Somae hat gesagt, dass es auch der Grund ist, dass der Samurai getestet hat oder der Krieger getestet hat, ob sein Schwert noch intakt ist, weil möglicherweise war es nach dem Kampf beschädigt und durch das Chiburi hat er gespürt, ob irgendwelche Teile locker sind und auch vom Klang her hat er erkannt, ob sein Schwert noch intakt ist und hat erst dann es wieder zurück gesteckt, um dann beim nächsten Mal ein intaktes Schwert wieder rauszuziehen. Die zweite Variante, die ich euch zeige, ähnelt der ersten. Ihr habt euer Schwert gezogen, beendet die Cutter mit dem Schnitt. Jetzt nehmt ihr wieder euer rechtes Bein zurück, aber anstatt das Blut nach unten abzuschleudern, baut ihr eine gewisse Spannung mit euren Händen am Griff auf und spritzt das Blut nach rechts außen. Dabei bleibt euer Schwert relativ parallel zum Boden und das Wegstecken euer Schwert ist identisch mit der ersten Variante. Also ihr nehmt wieder euer Bein zurück, die Spitze Kisaki trifft Koi Kutschi und beim Zurückschieben nehmt ihr die Hüfte wieder vor. Die nächste Variante, die ich euch zeige, ist ein bisschen komplizierter. Also ihr macht euren Schnitt und dreht euer Schwert jetzt in eurer Hand um 360 Grad, schlagt von oben auf den Griff, nehmt den Griff so, dass euer kleiner Finger Richtung Klinge schaut, dreht das Schwert um, legt es wieder am Koi Kutschi an, wie ihr es schon kennt, zieht es zurück und schiebt es wieder in die Seier und seid fertig. Ich zeige es euch nochmal flüssig. Das waren drei Möglichkeiten, wie ihr euer Schwert wieder zurück in die Seier stecken könnt. Leider kenne ich die Namen dieser verschiedenen Techniken nicht. Wenn ihr die Namen kennt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare oder wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir auch in die Kommentare. Und wenn das Video euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, euer Edi. Ciao.